So, gut. Warte, Trottel. Das war glaube ich wirklich unneutig, dass ich das gemacht habe. Ich bleibe mal bei der Schrotflinten. Vielleicht da oben noch irgendwas gegeben? Nö. Dann ist das vielleicht eh schon die letzte Tür mit dem Karoschloss. Also irgendwo erwartet uns doch Mr. X schon wieder, oder? Jetzt gibt es ja nicht, dass es jetzt so ruhig ist. Oder nur Licker, kann natürlich auch sein. So, da war es das Büro. Da ist der Mr. X um die Ecke gekommen, beim ersten Mal mit Leon. Alter, was ist denn da passiert? War der Frau schon so viel Blut? Ah ja, das schaut schon wieder aus wie so ein Lickerverstück. Gut, dann gehen wir mal da rein. Gut, den brauchen wir wirklich nicht mehr. Okay, das ist ein kleiner Raum, das gefällt mir. Mit Schießpulver, das ist auch gut. Oh, ein tragbarer Tresor. Den werden wir gleich mal nutzen, wenn ich wieder die richtige Tasten erwische. So, untersuchen. So, wie ist denn das noch mit Gange? Warte mal. Warte mal. ganz es war okay wir fangen müssen mit den anfangen dann das dann das ist nicht das müssen wir uns nichts okay so vergessen dass das dass das jetzt braucht man dann ist unten okay ist es ist es ist es ist es hat ist okay so das heißt das 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 und das okay perfekt ich habe es keine lust gehabt dass ich meinen notiz zettel hol das erste und vielleicht als einzige gut das heißt wir müssen jetzt den schließfächern zurück da könnte die heutigen umweg über die bibliothek nehmen hat er mal kurz hat das uns auch noch irgendwas war also glaube ich da na doch da das habe ich gemeint da kommen kommen jetzt übrigens auch durch so aber wir nehmen erst einmal in den raum mit den schließfächern dahin sondern schnellsten ja gesagt dann gehen wir auf den weg gekommen sind wieder zurück wehe da kommt irgendwann mal ein außer schnell dadurch dadurch dann müssen wir darunter aber die lexis ist es wieder besser waren glaube ich vielleicht habe ich es jetzt verschrien kann natürlich sein so aus dem grund speichern gleich mal ab genau ich lasse den normalen speicher punkten so hier ist mal weiter der schließfach handeln müssen wir darum die ecke das heißt jedes schließfach wo wir keinen dreier brauchen können wir schon mal öffnen das heißt 1 0 2 3 2 2 3 5 4 5 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 6 6 7 6 1 Ein nicht entwickelter Film. Ich glaube, 109, darf man auf jeden Fall öffnen. Ich glaube, das war erst der Film für den Konferenzsaal. So, und na, weg, 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 weg. Man kann diese Taste ganz ehrlich gesagt abdrücken mit so einem Soundstoch oder so. So, 109. Okay. Haben wir für die auch wieder ein wenig Munition. Haben wir wieder mal ein paar Pistolen-Munition. Weil mich halt ehrlich gesagt ungern, ähm, was möchte ich denn ungern? Ungern Schrotmunde für gegen normale Zombies einsetzen. Aber wenn natürlich irgendwann mal keine Munition mehr da ist für die Pistole, dann müssen wir das mal so machen. So, ähm, wenn die diese Ordnung hat. Selbstverteidigung, selbst schützen und dann, ah, das ist ja auch nur 1.0, 2.08, sicher 2.08, geht auch. Das geht nicht. Oh, das will aber es geht. So, 2.08, äh, 2.0, 8, hinter, nüt, Steel Boy. Zurück, zurück. So. Gut, dann haben wir zumindest das mal zum Teil schon mal ausgeräumt. So, sehr gut, dann bereue ich es jetzt nur weniger, dass ich Pistolen Munition wiederhergestellt habe. So, genau, dann gehen wir nochmal zurück zur Dunkelkammer und ich glaube, dann müssen wir nochmal zum Konferenzraum. Kommen wir dahin, ohne dass wir an den Zombies vorbei müssen, ich glaube schon. Wäre zumindest cool. So, benutzen, äh, das ist komplett useless. Gut, dann haben wir das. So, dann, unser nächstes Ziel. Wir kommen euch mit Tasten, ähm, Ebenewechsel, TG, so. Ähm, da haben wir übrigens noch ein Tresor, da findet man auch noch ein Item, das finden wir wahrscheinlich jetzt auf der anderen Seite. das bedeutet, ah, da kommen wir jetzt zum Chefbüro, alles klar. So, das bedeutet, wir gehen jetzt am besten gehen wir zurück zur Haupthalle über das Büro Westseite dort drauf und dann durch das Wartezimmer und so in den Raum zurück. So machen wir es. Aber nicht bevor wir abgeschwächert haben. So, so. Hier einen Schluck nehmen. Der Kollege da, hey. Irgendwann da auch da noch liegt offen, dass das so viel Blut ist. Ich bin mir nie sicher, ob das vorher auch schon jemand da war. So, West Office auch will ich nehmen. So, den Tresor haben wir ja schon geplündert. da unten könnten wir auch abspeichern, außerdem da haben wir sehr an Safe und freigelegt. wo haben wir denn eigentlich den Safe Code für diesen Tresor gefunden, das weiß ich leider gar nicht mehr. Genau, da war die Dame und ich glaube da hinten sind noch ein, zwei Zombies gewesen. Okay, jetzt hat es wieder gelegt. Oder sind die zusammen jetzt weg? Ah shit, ich muss sowieso nochmal zurück, komme ich gerade drauf. Außerdem komme ich gerade drauf, war da auch noch Licker, wenn wir nicht getötet haben. Ich weiß nicht, ob der aus dem Raum rauskommt. Ich hoffe mal nicht. So, genau, ich muss die Kurbel holen, weil sonst kommen wir nicht durch dieses Rolltor. Äh, hier. Werkzeug. Kann man eigentlich, damit da nicht immer Werkzeug steht, ähm, suchen. Quadratische Kurbel, bitteschön. Genau, ein Quadrat. So, so viel besseres Werkzeug. Gut. Dann, äh, wo waren wir sehe ich mehr, da haben wir 20, da haben wir 11. Dann bleiben wir bei der mal. Da gehen wir auf keinen Fall rein. Später. Gut, dann, let's go. Bitte, kein Mistakes, bitte, kein Mistakes, bitte, kein Mistakes. Voraussichtlich, mal kein Mistakes. So, gehen wir zuerst mal ins Chefbüro, weil, wie gesagt, da war Ah, shit. Ah, da kommen wir gar nicht rein. Wird. Ähm, das ist nicht gut. Kommen wir da runter. Was war das? Alter, Geräusche. Der ist eigentlich Oh, da ist der Presseraum, okay. Dann sperren wir gleich mal raus. Oh, außerdem, mitwerfen.